Wenn ihr euch schmackhaft und gesund ernähren wollt, muss es nicht unbedingt gleich exotisch werden. Ich möchte euch hier die gesunde nordische Diät vorstellen. Eine gesunde Diät ist eine Kostform, die alle notwendigen Nährstoffe in ausreichender Menge enthält. Mein Name ist Dr. Brie, ich bin Ernährungs- und Sportmediziner und ich finde, Gesundheit beginnt schon in der Küche. Was enthält also diese nordische Diät und was macht sie so gesund? Und wie kann ich das im Alltag umsetzen? Wenn wir über Ernährung sprechen, dann brauchen wir jetzt erstmal eine gewisse Ordnung. Die Basis der Ernährungspyramide, das sind in der Regel die Kohlenhydrate und davon nehmen wir also ganz besonders viele täglich zu uns. Und gerade hier kann man deswegen auch ganz besonders viel für seine Gesundheit erreichen, wenn man sich für die richtigen Kohlenhydratquellen entscheidet. Die Getreide sind in der nordischen Diät gleichbedeutend mit Vollkorn. Im reinen Samen, den wir im Weißmehl essen, findet sich die Stärke und die wirkt im Körper im Grunde wie Zucker. Vollkorn aber enthält das ganze Korn, die Schale und den Keimling. Und diese letzten beiden sind besonders wertvoll. Im Vollkornmehl sind also viel mehr Faserstoffe und Mineralstoffe enthalten. Insbesondere auch Zink und Eisen. Es enthält auch die Vitamine B1, B2 und Folsäure. Vollkorn hat aber noch einen weiteren Vorteil. Die Kohlenhydrate im Vollkorn werden verzögert ins Blut aufgenommen und daher kommt es zu einem etwas abgeschwächten Insulinanstieg. Der Magen braucht jetzt auch viel länger, um das zu verdauen und daher sättigen Vollkornprodukte einfach viel besser. Gesundheitsförderliche Bakterien im Darm freuen sich dann am Ende auch noch über die unverdaulichen Faserstoffe und können gedeihen. Und dadurch sinkt dann auch das Darmkrebsrisiko. Und wer unter Verstopfung leidet, Vollkorn normalisiert den Stuhlgang. Besonders viele der gesunden Faserstoffe hat übrigens der Roggen. Aber auch andere Vollkorngetreide sind eben einfach viel gesünder als das normale Weißmehl. Ein weiteres Getreide, das in der nordischen Diät häufig verwendet wird, ist der gesunde Hafer. Und meistens essen wir den ja als Flocken. Und das sind die gedämpften und dann platt gedrückten Haferkörner. Das ist also auch ein Vollkornprodukt. Und die Vorteile entsprechen also den vom Vollkorngetreide. Aber Hafer hat obendrauf noch einen ganz besonders hohen Zinkgehalt. Und er enthält außerdem die besonders gesunden, löslichen Faserstoffe, die Beta-Glucane. Und diese können den Blutzucker regulieren helfen und auch das schädliche LDL-Kolesterin ein bisschen senken. Haferflocken halten lange satt und sie sind daher ein perfekter Begleiter zum Frühstück. Wem Vollkorn auf Dauer zu langweilig ist, in der nordischen Diät spielt auch die Kartoffel eine große Rolle. Und die ist viel gesünder als ihr Ruf. Es kommt eben auf die Zubereitung an. Kartoffeln sättigen nämlich sehr, sehr gut und haben viel Vitamin C. Und außerdem sind sie auch reich an Kalium, was wichtig für Blutdruck und Herzfunktion ist. Es kommt, wie gesagt, auf die Zubereitung an. Wenn ihr Kartoffeln kocht und über Nacht im Kühlschrank lagert, bildet sich sogenannte resistente Stärke. Das ist wie ein Ballaststoff und gut für die Sättigung und das Mikrobiom. Die meisten Vitamine bleiben aber enthalten, wenn man die Kartoffeln nicht kocht, sondern mit der Schale in der Mikrowelle gart oder im Ofen. Aber ich habe ja eben schon die Umsetzung im Alltag angesprochen. Und da möchte ich jetzt hier mal direkt einsteigen. Wenn ihr ein Essen plant, dann gibt es da eine ganz einfache Faustregel. Grob überschlagen, maximal ein Drittel des Tellers kann ein energiereiches Kohlenhydrat sein. Also wie oben besprochen, Vollkorn oder Kartoffeln. Ein weiteres Drittel, besser mehr vielleicht sogar, dann ein energiearmes Kohlenhydrat. Das ist dann zum Beispiel das Gemüse und dazu kommen wir jetzt gleich. Das letzte Drittel füllt ihr dann mit einer Eiweißquelle. Fisch, Fleisch oder Milchprodukte, aber auch Nüsse. Das Fett kommt huckepack mit dem Eiweiß oder als Öl zum Braten dazu in etwas geringerer Menge. Kommen wir also zum Gemüse, den langverdaulichen Kohlenhydraten. Und in der nordischen Diäte haben wir insbesondere das Kohl- und das Wurzelgemüse. Das sind beides Gemüsesorten, die wir normalerweise nicht so sehr auf dem Schirm haben. Die sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen und auch den wichtigen Polyphenolen. Und Polyphenole sind in der Regel entzündungshemmend, haben aber auch viele andere positive Eigenschaften auf die Gesundheit. Sie können zum Beispiel den Blutdruck senken und sind auch krebshemmend. Gemüse enthält außerdem viele Faserstoffe und hat ein sehr gutes Kalorien-zu-Nährstoff-Verhältnis. Das heißt, wenig Kalorien und viele Nährstoffe. Und dadurch sättigt Gemüse sehr gut. 100 Gramm Weißkohl zum Beispiel hat gerade mal 25 Kalorien. Rettich nur 16 Kalorien pro 100 Gramm. Und richtig zubereitet schmeckt das auch richtig gut und macht den Magen schön voll. Es lohnt sich also mal, sich über Rezepte Gedanken zu machen. Und wenn ihr Tipps habt, dann schreibt es doch bitte mal in die Kommentare rein. Wir schließen jetzt mal die Kohlenhydrate ab und zwar mit was Süßem. Man möchte sich ja auch mal was Süßes gönnen. Am besten als Snack zwischendurch anstelle von industriellen Süßigkeiten. Dafür eignen sich natürlich Beeren, Äpfel und Birnen. Die enthalten Vitamine und auch viele gesundheitsförderliche Polyphenole. Beeren eignen sich wirklich richtig gut als Notbehelf, wenn euch der Gierhunger nach etwas Süßem packt. Unser Teller ist also jetzt schon zu zwei Drittel voll. Ein Drittel von Teller fehlt uns jetzt aber noch und zwar die Proteinquelle. In der nordischen Diät spielen hier die Milchprodukte eine große Rolle. Quark, Hüttenkäse, Skier und Joghurt sind gute Proteinquellen. Außerdem sind diese Milchprodukte kalziumreich und enthalten B-Vitamine sowie Vitamin A. Und sie enthalten zwar überwiegend gesättigte Fettsäuren. In Studien konnte aber gezeigt werden, dass Milchprodukte wie Käse und Joghurt keine Entzündungsreaktion verursachen, solange man keine Milchproteinallergie hat. Dazu seht ihr in Kürze auf diesem Channel übrigens ein eigenes Video. Kombiniert doch zum Beispiel zum Frühstück oder als Snack einfach mal Joghurt mit Beeren, ein bis zwei Esslöffel Haferflocken und zwei bis drei Nüssen. Ab und an könnt und solltet ihr auch mal ein Ei essen. Das enthält ebenfalls Protein, B-Vitamine und reichlich Vitamin A und E. In der nordischen Diät spielt der fettige Fisch eine große Rolle. Makrele, Hering und Lachs. Und im Fett dieser Fische sind besonders viele der gesunden Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA enthalten. Und diese sind entzündungshemmend und wirken sich positiv auf die Blutfette aus und sind auch wichtig für die Hirnfunktion. Aber panierter oder frittierter Fisch gilt natürlich dann nicht als gesund. Ihr solltet den Fisch schon selber zubereiten und am besten mit der Haut braten, damit wenig von diesem kostbaren Fett verloren geht. Leider sind die Meere so verdreckt, dass sich in den Fischen Schwermetalle ansammeln und zweimal die Woche kann man aber dennoch diesen fettigen Seefisch empfehlen. Fisch zuzubereiten ist für viele ein Problem. Bis auf den Räucherfisch ist Deutschland nicht wirklich ein Land von Fischessern. Wenn ihr Rezepttipps für leckere Fischgerichte habt, freue ich mich über eure Posts in den Kommentaren. Und wenn wir im Meer sind, denkt bitte auch mal an die Muscheln. Die haben wenig Kalorien, einen sehr guten Proteingehalt und sind reich an Vitamin B1 und auch an Jod. Muscheln sind wahre Eisenbomben. Miesmuscheln haben fast dreimal so viel Eisen wie Rindfleisch. Und dabei sind wir jetzt beim Fleisch angelangt. Fettarmes Fleisch wie Wild und Geflügel finden sich in der nordischen Diät. Und damit hat man eine sehr gute Protein, Vitamin B12 und Eisenquelle. Und wer vom Jäger geschossen ist, wild ist, mehr Bio geht nicht. Wenn man sich für Fleisch entscheidet, ist ein moderater Fleischkonsum empfohlen. Also eben nicht einfach so häufig. Und industriell verarbeitetes Fleisch sollte man vermeiden. Und dazu gehört auch die Wurst. Auch die Zubereitung spielt eine Rolle. Gegrilltes und insbesondere frittiertes Fleisch sollte man selten zu sich nehmen oder ganz vermeiden. Auch zu fettiges Fleisch sollte man eher meiden. Die im Fleisch enthaltenen gesättigten Fettsäuren können gesundheitsschädlich wirken. Der nächste wichtige Nährstoff ist das Fett. Hier geht es um die essentiellen Fettsäuren, die euer Körper unbedingt braucht und nicht selber herstellen kann. Und einige ganz besonders gesunde Fettsäuren, die entzündungshelmend wirken können. Über den Fisch und das gesunde Fett, die Milchprodukte und das eher neutrale Fett und das Fleisch mit dem eher problematischen Fett, haben wir eben schon kurz gesprochen. Rapsöl fehlt also noch das Öl und die Nüsse. Nüsse, zum Beispiel Walnüsse, sind eine gute Eiweißquelle und reich an ungesättigten Fettsäuren. Rapsöl als Öl ist zu über 90 Prozent auch reich an den gesunden, ungesättigten Fettsäuren. Es ist relativ hitzestabil. Das heißt, wenn man nicht viel zu heiß brät, bleibt ein Teil der gesunden Fettsäuren erhalten. Rapsöl wird von manchen Influencern zu Unrecht als stark gesundheitsschädlich angeprangert. In seriösen Studien konnte aber immer wieder der gesundheitsförderliche Effekt von Rapsöl gezeigt werden. Am besten man verwendet kaltgepresstes Öl. Auch zu diesem Thema werdet ihr bald ein eigenes Video finden. Und natürlich sollte man es einfach nicht mit diesem Öl übertreiben und dann ist auch alles gut. Dennoch sollte man beim Öl aufpassen. Das gilt aber für alle Öle. Der Kaloriengehalt ist sehr hoch und die meisten Menschen sind nun mal übergewichtig. Also bei der Zubereitung nicht zu viel nehmen, die Kalorien im Blick behalten und dann passt das schon. Ein Esslöffel Rapsöl hat ungefähr 80 Kalorien. Eine einzige Walnuss ungefähr 30 Kalorien. Vergleicht das jetzt mal mit den Werten vom Gemüse. Da habt ihr schon direkt 100 oder mehrere hundert Gramm Kohl für gegessen. Gewürzt wird überwiegend mit Kräutern. Man benutzt wenig Salz. Salz erhöht bei den meisten Menschen den Blutdruck. Und wenn ihr ein Blutdruckproblem habt, dann solltet ihr auf eine niedrige Salzaufnahme achten. Das meiste Salz steckt übrigens in den Industrieprodukten und auch im Brot drin. Es kann also eine gute Idee sein, mal einfach Brot selber zu backen. Dann seid ihr die Herren aller Zutaten. Und so schwierig ist ein einfaches Roggenmischbrot eigentlich gar nicht. Was soll jetzt die nordische Diät bewirken? Sie senkt nachweislich das schädliche LDL-Cholesterin und den Blutdruck. Außerdem ist sie leicht entzündungshemmend. In Studien konnte gezeigt werden, dass besonders Menschen mit metabolischem Syndrom, also Bluthochdruck, erhöht Blutfetten und Übergewicht, besonders von der nordischen Diät profitieren konnten. Herzkreislauferkrankungen sind bei Männern und Frauen weiterhin die Todesursache Nummer 1 in Deutschland. Bluthochdruck und hohe Blutfette sind für diese Erkrankungen größtenteils ursächlich, wenn man das Rauchen mal außen vor lässt. Aber auch Nierenschäden und Diabetes hängen damit zusammen. Ein Teil ist natürlich immer Genetik, aber diese Erkrankung fügen wir uns in der Regel durch unser Ess- und Bewegungsverhalten selber zu. Und natürlich muss man sich jetzt nicht fanatisch an eine Diätvorgabe halten. Wer Olivenöl mag, gerne Gambas isst und Goi-Beeren oder Bohnen, der soll das tun. Auch wenn in der nordischen Diät diese Sachen keine Rolle spielen. Das ist ja egal. Wenn wir über gesunde Diätformen sprechen, geht es einfach darum, ein Gefühl für gesunde Nahrungsmittel zu bekommen und was man alles damit anstellen kann. Und jeder passt es dann einfach an seinen eigenen Geschmack an, um zufrieden zu sein. Und die nordische Diät kann eben einen Teil dazu beitragen, gesund zu leben. Und wer irgendwann den Lachs, die Kartoffeln und das Rapsöl satt hat, kann ja einfach zwischen der nordischen und der mediterranen Diät hin und her wechseln. Die Wikinger sind vor tausend Jahren ja auch nach Sizilien gekommen. Also viel Spaß beim Kochen, macht's gut und bleibt gesund.